Erich Maria Remarque, Liebesdekadenz Es ist schwer, meine gnädige Frau, einen exakten Begriff des Wortes Dekadenz zu geben. Wir haben eine Vorliebe für Zwischentöne, für Übergänge, für ästhetische Reize. Wir sind mehr Zuschauer, auch von uns selbst, und weniger Beteiligte. Stimmungen, zarte, schillernde, exotische, sind uns mehr als Gefühle. Wir fassen alles mehr auf als Narkotika, durchdringen alles mit einem Hauch davon, auch die Frauen. Unsere Vorfahren liebten mit dem Gefühl, wir mit den Nerven. Ihnen kam es auf den Besitz an, den dauernden Besitz. Uns ist das Besitzen nichts, besitzen können ist alles. Frauen sind uns braungoldener, süßer Rausch. Sie lächeln, gnädige Frau, aber glauben Sie, nicht das Endergebnis in der Liebe ist das Schönste, sondern die Präliminarien sind es. All das Vorher, dies Abtasten, Vordrängen, Abwägen, dieses lautlos katzenhaft gleitende, dieser verborgene Kampf der beiden Beteiligten, das ist uns das Höchste. Unseren Vorfahren war die Liebe ein Altar oder eine Kneipe, je nachdem. Uns ist sie ein leise klirrendes Florettgefecht in einem alten venetianischen Saal. Kerzenglanz leuchtet auf dem spiegelnden Silberstahl und irgendwo glänzt alter Brokat. Ich will Ihnen von einem Erlebnis erzählen, um Ihnen meine abstrakten Sophistereien ein wenig deutlicher zu machen. Auf meiner linken Schulter befindet sich eine schmale Narbe. Diese Narbe hat eine Geschichte. In Brüssel lernte ich vor einem Jahr eine Frau kennen, die mir durch jenen schmalen, langen Beinansatz auffiel, der ein Zeichen von Hochzucht und beginnender Rassemüdigkeit ist. Sie war blond, fast so blond wie Sie, gnädige Frau. Nur die Kupfernuance fehlte. Das war das Zweite, was mir an ihr auffiel. Das Dritte, ausschlaggebende war, dass sie einen Mann, der mit ihr über Marterling und seine Vergleichsmöglichkeiten mit Danunzio sprechen wollte, fortschickte. Denn, meine Gnädigste, leider hat der Mann als Genus im Allgemeinen so viel von seinen Urinstinkten verloren und ist so verbürgerlicht, dass er es wagt, zu einer Frau unpersönlich zu sprechen, Tatsachen zu erörtern, sachlich zu werden. Der Mann soll immer nur persönlich zu einer Frau sein. Immer muss die Tatsache ihres Weibseins das Erste und Bestimmende sein. Doch wer hat noch diese verfeinerten Urinstinkte, dieses mit jedem Worte, jeder Bewegung einkreisende, das ewig Wache, dem jede Frau erliegt, mag sie den Mann hassen, verachten oder sogar ihn lieben. Verzeihen Sie mir diese kleine Seitenbemerkung, meine Gnädigste, und geben Sie mir noch eine Zigarette. Sie sehen, diese Geschichte will in Unterbrechungen erzählt werden. Also, ich spürte bei dieser Frau die Hellhörigkeit und die feinen Nerven. Auch war sie frei von Sentimentalität und erfahren genug, um den Kampf unsicher erscheinen zu lassen. Denn es ist ein Kampf zwischen Nerven und Blut, meine Gnädigste. Siegt das Blut, dann ist man verloren. Und ich habe Blut. Ich sah sie öfter beim Tee und gar bald fühlte ich jenen Nervenschauer, die die elektrische Geladenheit andeuten. Dann klirrten die Teetassen, funkelten deutende Sätze, begann das Florettgefecht der Worte. Ich hatte bereits einen gewissen Vorteil gewonnen. Wenn bei entfernten Dingen das Gespräch epigrammatisch geistreich, in schwingender Balance zitterte, holte ich plötzlich in einer kühnen Wendung zu einer Tiefquart aus, die unvorbereitet eintraf und sie verwirrte und mich singen ließ. Dann küßte ich ihr die Hand und ging. Wenn sie sich aber am nächsten Tage mit Geist bis in die Haarspitzen gewappnet hatte und nur so sprühte und funkelte, dann plänkelte ich eine Weile mit hingeworfenen Paradoxen, lockte sie hervor und unterlief sie plötzlich mit einer weichen, bubihaften Bemerkung, sodass sie wieder fassungslos war. Aber auch sie hatte meine Angriffsquelle erspäht, die Seite bei mir, die schwächer gedeckt war, das Blut. Die Frau war schön, ihr Knie zeichnete sich wundervoll ab in ihren Gewändern, denn sie trug Gewänder, keine Kleider. In der Kniekehle mußte eine feine blaue Ader zittern, so weiß waren ihre Hände. Mein Blut begann zu singen, wenn ich mit ihr zusammen war. Ich verbarg es, sie wußte es trotzdem, da verbarg ich es nicht mehr, um mir keine Schwäche zu geben. Wir tanzten zusammen, sie hielt die Entfernung des gerade noch Berührens, die toll machen kann. Ich beging Torheiten, war übereilig, übersah Chancen, wollte hitzig alles nachholen, verfing mich in einem gelassenen Lächeln, stockte, schwieg. Ich begann zu verlieren. Meine Paradoxe und Geistbalancen verwirrten sie nicht mehr. Sie lächelte, wenn sie schweigen mußte, aufreizend, spöttisch. Sie gab mir absichtlich Gelegenheiten, lächelte ironisch, wenn ich sie benutzte, machte mich spöttisch darauf aufmerksam, wenn ich sie versäumte. Ich wurde unruhig. Ich wusste, dass all ihre Lockung Berechnung war, dass sie den Kampf mit ihren Waffen kämpfte, dass, wenn sie mich zu ihren Füßen sah, alles sofort vorbei sein würde, dass sie sich mir vielleicht geben würde, aber triumphierend, sodass ich mir am nächsten Tag deswegen eine Kugel aus Scham durch den Kopf hätte schießen müssen. Ich war sehr unruhig geworden, Atavistisches war wach geworden in mir. Ich liebte diese Frau. Das Blut trübte den klaren Blick. Gefühl gaukelte Trugbilder. Ich war in einem gefährlichen Zustand. Da bat sie mich zum Tee in ihr Boudoir. Sie empfing mich ernst. Ich forschte vergebens nach dem Spott um ihre Augenschlitze. Auch die Ironie ihrer Mundwinkel fehlte. Sie schien mir weich, fast sentimental. Alle Absicht und Berechnung war geschwunden. Das versetzte mich im Verein mit dem Blätterfallen der Bäume, in denen herbstlich der bunte Tod hing, in eine gefährliche, schwermütige Stimmung. Ich bat sie, Klavier zu spielen. Tchaikovsky. Ich sah die weiche Rückenlinie sich im Nackenausschnitt verlieren. Oh, diese fallenden Blätter am Fenster. Oh, diese fallende Schulterlinie dicht vor meinen Händen. Der Duft des Haares. Die blaue Dämmerung. Der halboffene Mund vor mir. Ernst, fast traurig. Diese verhallenden Mollklänge. Ich küßte erregt die Hände und wollte fort. Sie hielt mich fest. Bleib. Ich komm wieder, sagte sie. Und selten schien mir eine Stimme so viel Silberklang zu haben wie diese. Ich stockte, verwirrt. Stürmisch peitschte das Blut eine Scharlachwelle nach der anderen durch meine Schläfen. Irgendwo im Gehirn hockte noch ein Wissen, eine kalte Wahrheit. Ich wollte ihr nachgehen. Sie halten in dem purpurnen Gedränge. Da trat sie wieder ein. Die Tür zum Schlafzimmer hatte sie offengelassen. Verhängtes Licht wob in dem Raum. Man sah die Kante eines weißen Spitzenlagers. Hauchdünne schwarze Seide. Durch sie schimmerten, da das Licht des Schlafraums dahinter war, die Konturen des schönsten Körpers. Augen tief und treu. Dieser Mund gut und sehnsüchtig. Diese schlanken Arme, die sich mir entgegenhoben. Mich umdonnerte jäh mein Blut, fegte funkelnd alles Denken fort, riss mich vorwärts, sodass ich auf sie zustürzte und sie mit einem Sprunge in die wartenden Kissen trug. Schon bebten meine Hände über dem Seidengeriesel. Da zwang mich irgendwas, vielleicht ein verspäteter Gedanke, der vor der Purpurwelle sich verkrochen hatte. Was weiß ich? Irgendetwas zwang mich, die Augen zu öffnen. Und ich sah den edlen Kopf vor mir, die Augen geschlossen. Um die Nasenflügel bebte auch die Lust. Der Mund war eine Hingebung. Und doch um den Mund, um die Mundwinkel, huschte fast unmerklich ein Lächeln. Ein Lächeln, ein Lächeln, das Triumph verriet. Triumph! Mit einem Schlage erkannte ich die Raffiniertheit der Falle, der ich fast zum Opfer gefallen war. Ich sprang auf, war sofort ruhig. Das Blut ebbte ab und ich pfiff eine Melodie. Wie nach einem Peitschenhieb flog sie empor, sah und begriff. Aber sie konnte das verwegene Mittel, dessen sie sich bedient hatte, nicht mehr meistern. Die Geister, die sie gerufen hatte, nicht wieder bannen. Sie waren stärker. Die Lust hatte sie umkallt. Sie wollte, musste mich jetzt haben. Zu sehr hatte das Spiel mit dem Feuer sie entflammt. Ich schickte mich an zu gehen. Sie wissen, dass das für eine Frau eine tödliche Beleidigung ist. Wie eine Menade stieß sie mich zurück, ergriff einen schmalen, maurischen Dolch, der immer auf dem Toilettentisch lag, stellte sich vor die Türöffnung und rief, wage nicht vorzugehen, ich töte dich. Sie brannte mich an, der ganze Körper, ein elastisch-gewaltiger Trieb, ein mächtiges Lodern und Glühen. Und, meine Gnädigste, Sie werden es vielleicht verstehen, jetzt plötzlich wandelte sich mit einem Schlage die Situation. Alles Vorhergegangene versank. Spiel und Kampf, Katze und Geist waren vorbei. Die Entscheidung lag allein in ihrer Hand. Sie wissen, wie ich die Elemente liebe, Feuer, Meer, Sturm. Ein solches Urelement, ein solch erdhafter Urinstinkttrieb, stand da plötzlich vor mir. Das Weib. Und ich hätte ihn ebenso unausweichlich lieben müssen, wie die anderen Elemente, wenn, ja, wenn er sich als Urtrieb bewies. Das musste ein Schritt bringen. Ohne ein Wort sah ich sie fest an und schritt auf die Tür zu. Der Dolch blitzte. Ich fühlte, wie er in mein Schulterfleisch eindrang. Es kam sofort Blut. Im nächsten Augenblick warf sie ihn weit fort, fiel vor mir nieder, schluchzte, weinte, vergib, tastete nach der Wunde, verzeih. Ich streifte sie ab, legte ein Taschentuch auf die Wunde und sagte kalt im Gehen, fast hätten sie vorhin gesiegt, Madame, aber auch jetzt, wenn sie es wirklich getan hätten, zugestoßen, dann hätte ich sie lieben müssen, eben wegen dieser Tat, wegen der Urwucht ihres Lebens, wegen der tiefen Verkettung ihres Seins mit der Natur, der eindeutigen, gewaltigen Gefühlstriebmanifestation. Aber sie haben selbst bei dem höchsten Aufschäumen ihres Weibseins und seiner gleichzeitigen schwersten Beleidigung noch gedacht. Kleopatra hätte einen Mann, der das getan hätte, ermordet. Auch die Pompadour hätte ihn erdolcht. Aber sie blieben im Versuch kläglich stecken, wagten es halb, aber waren der Tat nicht gewachsen. Sie sind nicht reiner Trieb, nicht reiner Geist, auch keine Verbindung von beiden, nur ein Gemenge, ein Gemisch, kein Weib, nur ein weibliches Wesen, wie alle. Sie werden weiterleben, heiraten sie bald. Der Marquis schwieg, die Frau vor ihm war aufgestanden. Sie sagte heftig, »Zieh, Sie sind ja...« »Verlassen Sie mich sofort!« »Kommen Sie nicht wieder!« »Ich will Sie nicht mehr sehen!« Sie ging hinaus, er sah ihr nach, lächelte, als er den Hut nahm, und wusste, dass er sie morgen schon besitzen und dass sie die schmale Narbe an seiner Schulter küssen würde, wenn er schlief, und sie glaubte, dass er es nicht bemerken würde. »Bast« «Aberst draussen im